Heute habe ich was bekommen, und zwar einen neuen Basketballkorb. Ihr wisst, ich habe schon öfter mal einen zusammengebaut, aber der hier, alter, glänzt vor allem durch den günstigen Preis. Das heißt, 260 Euro mit dem Rabattcode MRMIKE20 bekommst du 20% drauf, dann bist du bei ungefähr 210 Euro. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, wird über Amazon verkauft, daher hast du noch den Käuferschutz, wenn es dir nicht passt. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt von der Qualität her, weil für 210 Euro natürlich, weiß man nicht, es ist ja immer so eine Sache bei Körben, wie günstig dürfen sie sein, um Qualität zu verlangen, aber der macht schon einen soliden Eindruck vom Gewicht her. Und ich würde sagen, wir bauen den einfach auf und checken das Teil einfach mal aus, weil ich bin gespannt. Los geht's! Was hier sehr schön ist, ist die genaue Nummerierung der Schrauben, die du brauchst und auch die einzelnen Stücke sind immer schön nummeriert, so kannst du wirklich schön nach der Anleitung arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr einfach gemacht. Werkzeug ist auch alles mit dabei, was man braucht, daher auch schon mal gut ausgestattet. Weil ich jetzt das Netz hier befestigen soll, ist mir gerade eingefallen, dass ich noch ein altes Netz habe, das habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal gekauft, das leuchtet im Dunkeln, daher probiere ich das mal aus. Das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also ein leuchtendes Netz. Ob das was ausmacht, werden wir sehen, wenn es dunkel ist. Ich hoffe, ich vergesse es nicht zu filmen, aber das tue ich jetzt auf jeden Fall dran und das andere ist nochmal. Ich hoffe, ich habe es nicht zu filmen, aber das ist auch nicht zu filmen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu filmen, aber das ist auch nicht zu filmen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu filmen, aber das ist auch nicht zu filmen. So, steht das gute Stück, gut dreiviertel Stunde habe ich gebraucht. Ich habe mich ein paar Mal verbaut, muss das wieder auseinanderbauen, aber trotzdem, schön beschrieben, einfach zusammenzubauen, das bekommt wirklich jeder hin. Und man sieht gleich, für den Preis, für die Qualität, das ist schon wirklich echt eine feine Sache. Für 210 Euro, da kannst du nicht meckern, höhenverstellbar, das ist 3,05 Meter, das ist jetzt die niedrigste Stufe, was wird das sein? Nur 2 Meter, würde ich sagen, auch für ein kleines Kind. Ich bin jetzt gleich getestet mit meiner Tochter, die ist da oben, ich hole es mir runter. Wir werfen ein paar Körbe und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Rabattcode MrMike20, 20% ist das schon alles verlinkt, check einfach aus, dann kommst du auf 210 Euro inklusive Versand. Das ist für das Teil, also sowas hätte ich mir in meiner Kindheit echt gewünscht. Mega, Alter, mega. Klar, unten musst du natürlich noch füllen, füllst du es jetzt mit Wasser auf oder mit Sand, dann ist das natürlich viel stabiler. Zum Hinhängen für den erwachsenen Menschen mit 60 Kilo würde ich jetzt nicht empfehlen, da ist unten wahrscheinlich nicht stabil genug, außer du haust irgendwie eine fette Tonne drauf, dann natürlich, aber ohne Gewehr das Ganze. Ansonsten echt eine coole, schöne, solide Anlage für das Geld vor allem, muss man hier bedenken, 210 Euro, das ist natürlich schon eine Ansage. So, wo holen wir das Kind? Äh, Kind holen wir. Wirf ein paar Körbe. Wow! Kannst du es rein? Ja. Wow! 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 Wie gesagt, echt ein cooles Teil, checkst du es aus, absolute Empfehlung von mir. Man merkt sofort, das ist halt einfach, das ist Qualität für den Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis ist da eine 10 von 10. Ohne ist es nicht cool. Ihr seht schon, Spaß für Groß und Klein, die Kleine muss jetzt ein bisschen hüpfen, aber ansonsten absolute Empfehlung, das Teil für den Preis, 210 Euro, Rabatt von Mr. Mike, 20 nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, auf Amazon, Versand gratis. Was willst du mehr? Also wirklich echte Empfehlung, top Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Boah! 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 Boah!